Das ist eine Scheißgegend. Die Frauen ziehen weg und die Männer werden immer komischer. Das ist Gin Tonic. Gin Tonic ist kein Alkohol. Und warum sind Sie dann schon so besufen? Nett? Wieso bin ich denn nett? Ich bin doch überhaupt nicht nett. Entschuldige. Haben Sie überhaupt noch einen Führerschein? Nein!